Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und die ZDF für funk, 2017 Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und die ZDF für funk, 2017 Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und die ZDF für funk, 2017 Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und die ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Who are you? Mister? A good guy? My family are vampire hunters too, so I guess that means we should be friends now. Sure, friends. But Maria, you're too young for this. You just let the big hunter here take care of that bad man, okay? Oh, you don't know anything. I can handle this just fine. I can't do with that. love you, too. And you're too late. I have to have to have to have to do with you. WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR 52 WDRk WDR discusses WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stay away from me! Was hast du Angst? In exchange for your blood, you can gain eternal life and beauty from me, can you not? Please, it's a simple matter. I get what I need, and you benefit as well. And then together, you and I shall reign over this world. If it means becoming... a savage, I... I would sooner kill myself. As you wish. However, what exactly makes me a savage? If my existence itself makes me savage, is that not the result of this world? Are not all the people of this age savages as well? If so, I should be a shining beacon for what this world wants me to be. The one to lead them. Do you not agree? My lord, Count. What is it? There are intruders in the castle. I see. Destiny can be quite fun at times. They've likely come to interfere. I hope you'll be in a better mood later. I hope you'll be in a better mood later. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Tufund. ,, ja, ja. Ja, ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.